hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video und zwar geht es darum, dass ich mein Karl Karl neu werde also beziehungsweise neun jetzt den Link tue ich euch in die Videobeschreibung, der heißt so ja, den Link, das werde ich euch verlinken ja und jetzt gleich streamen, bis zum nächsten Mal und spätestens zum 3 wird der Stream anfangen bis zum nächsten Mal und tschau